Herzlich Willkommen. Es warten einige brisante Meldungen auf euch, die wir in unserem heutigen Beitrag für euch zusammengefasst haben. Heute sprechen wir über das Metaversum und dessen hohes Potenzial, über den neuen Meilenstein, den Cardano erreicht hat und warum Cardano einen Vorteil gegenüber Ethereum und anderen Smart Contract Blockchains hat. Außerdem erklären wir euch, wieso aber Ethereum essentiell ist und es nie passieren wird, dass Altcoins-Liebhaber Ethereum verlassen. Kommen wir zur ersten heißesten Neuigkeit des Tages. Ein Stratege der Bank of America, Haim Israel, hat in einem kürzlich geführten Interview erklärt, dass das neue Schlagwort im Kryptobereich Metaverse viel Potenzial für die Krypto-Industrie birgt und die Nische sein könnte, die die globale Verbreitung des Bereichs vorantreiben würde. Israel zufolge würde das Metaversum eine große Chance für die Blockchain-Technologie darstellen und könnte möglicherweise zur Verwendung von Krypto-Assets bei allgemeinen Finanztransaktionen führen. Er fügte jedoch hinzu, dass stabile Münzen wie Tether und USDC mehr Zuspruch finden würden als private Token, die sehr volatil sind. Mit seinen Worten, ich glaube definitiv, dass dies eine große, große Chance ist. Man braucht die richtigen Plattformen. Das wird definitiv eine große Chance für das gesamte Ökosystem sein. Wir werden anfangen, Kryptowährungen als Währungen zu verwenden. Der Stratege fuhr fort, dass er davon ausgeht, dass die großen, traditionellen Finanzunternehmen in den Bereich einsteigen werden, sobald Krypto-Assets eine breitere Akzeptanz und Verwendung im Metaverse finden. Er erklärte, dass es eine Menge Zusammenarbeit zwischen den beiden geben wird. Nun, was ist der Hype um das Metaverse? In letzter Zeit hat das Wort Metaverse das Interesse von Krypto-Enthusiasten und der Welt im Allgemeinen geweckt, nachdem Facebook bekannt gegeben hat, dass es seinen Namen in Meta ändert und sein Geschäft auf diesem Bereich ausgerichtet hat. Diese Umbenennung durch die führende Social-Media-Plattform hat das Interesse der breiteren Tech-Community auf das grenzenlose Potenzial des Raums gelenkt. In einem unserer früheren Berichte haben wir enthüllt, dass Greyskill erklärt hat, dass das Metaverse das Potenzial hat, eine 1-Billionen-Dollar-Industrie zu werden. Eine Reihe von institutionellen Investoren und Kleinanlegern auf der ganzen Welt haben bereits begonnen, in Projekte in diesem Bereich zu investieren. DebtRadar bestätigt dies in einem eigenen Bericht, in dem festgestellt wird, dass Projekte im Zusammenhang mit den Metaverse in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Den Bericht zufolge haben virtuelle Objekte wie Grundstücke und Immobilien in den letzten sieben Tagen über 100 Millionen Dollar eingebracht. Kommen wir zur zweiten spannenden Neuigkeit des Tages. Und zwar hat das Cardano-Netzwerk einen neuen Meilenstein erreicht, nachdem es jetzt an dem Start über 20 Millionen Transaktionen verarbeitet hat. Die wachsende Anzahl von Transaktionen kommt mit der Entwicklung von Cardano voran. Der Meilenstein würde zuerst von einem Reddit-Benutzer entdeckt, der sagte, dass das Cardano-Netzwerk seit seinem Start über 1500 Tage lang keine Ausfallzeiten hatte. Als Antwort auf den Benutzer sagten einige, dass im April das Netzwerk eine kleine Menge von Ausfallzeiten ertrug, in denen Benutzer keine Transaktionen mehr machen konnten, als Folge eines technischen Fehlers. Wie CryptoGlobe berichtete, haben Daten auch gezeigt, dass die Anzahl der aktiven Adressen auf Cardano vor kurzem von etwa 150.000 pro Tag auf über 480.000 sprang, bevor sie wieder auf 200.000 zurückfiel. Ebenso stieg die Anzahl der Cardano-Adressen, die auf die Kryptowährung setzen, in nur zwei Monaten um mehr als 100.000, da mehr Investoren auf die Kryptowährung und ihr Ökosystem wetten. Die Daten zeigen, dass Cardano im Wert von 37,67 Milliarden Dollar in knapp 3000 aktiven Pools eingesetzt ist, was mehr als 72% des Cardano-Angebots entspricht. Anfang dieses Jahres explodierte der Preis von Cardano vor der Einführung der weiten erwarteten Alonso Hard Fork, die intelligente Verträge in das Netzwerk bringt und es ermöglicht, mit der Binance Smart Chain Ethereum und Solana zu konkurrieren. Der Preis von Cardano begann inmitten einer breiteren Korrektur des Kryptowährungsmarktes zu fallen. Während einige Krypto-Assets bereits begonnen haben, sich zu erholen, zeigen Daten von Crypto Compare, dass Cardano weitergefallen ist und jetzt bei 1,750 US-Dollar gehandelt wird. In den sozialen Medien haben die Nutzer spekuliert, dass die Aktivität auf der Cardano-Blockchain explodieren wird, da die darauf aufgebauten Kredit- und Darlehensplattformen neue Nutzer bekommen. Während die Defektivität auf Cardano langsam voranschreitet, ist das Transaktionsvolumen des Netzwerks auf der Kette dennoch bemerkenswert. Wie berichtet zeigen die Daten, dass das On-Chain-Transaktionsvolumen von Cardano kurzzeitig das von Ethereum übertraf und sich an einen Punkt verdoppelte. In einem Zeitraum von 24 Stunden lag das Volumen von Cardano bei 18,24 Milliarden Dollar, während es bei Ethereum bei etwa 9,3 Milliarden Dollar lag. Spannend ist auch, warum Cardano einen Vorteil gegenüber Ethereum und anderen Smart-Contract-Blockchains hat. Die Programmiersprache Bluetooth von Cardano ist laut Charles Hoskinson sicherer als andere Sprachen zum Schreiben von Smart-Contracts. Er führt den kürzlichen 31-Millionen-Dollar-Hack von Mono X Finance als Grund für die Integration von Sicherheit in Smart-Contracts an. Charles Hoskinson, CEO von Cardanos entwicklungsarm Input-Output Hongkong, hat auf die Umstände des jüngsten Hacks der DeFi-Plattform Mono X Finance als einen der Gründer hingewiesen, warum Cardano, Ethereum und anderen Smart-Contract-Blockchains überlegen ist. Mono X soll am Mittwoch 31 Millionen Dollar verloren haben. Das Unternehmen berichtete, dass die Hacker einen Fehler in der Software ausnutzten, die es zur Erstellung von Smart-Contracts verwendet, um denselben Token sowohl für eine Input- als auch für eine Output-Transaktion verwenden zu können. Der Hacker verwendete den Plattform-eigenen Mono-Token sowohl als Token-In als auch als Token-Out, während es eigentlich üblich sein sollte, einen Token einzugeben und einen anderen abzuheben. Dies ermöglichte es dem Hacker, den Preis des entnommenen Tokens in die Höhe zu treiben und ihn gegen andere Token in den Netzwerken Ethereum und Polygon einzutauschen. Zu den entnommenen Token gehörten 18,2 Millionen Dollar in Wrapped Ethereum, 10,5 Dollar in Matic Token, Wrapped BTC im Wert von 2,5 Millionen Dollar sowie kleinere Mengen an Token für Wrapped Bitcoin, Chainlink, Unit Protocol, Avogadji und Immutable X. Hoskinson weist darauf hin, dass der Hack durch die Verwendung einer sicheren Programmiersprache hätte vermieden werden können. Er verweist auf Cardanos maßgeschneiderte Programmiersprache für Smart Contracts, Plutus, als einen der Vorteile des Blockchains-Netzwerks, da sie Entwicklern die Möglichkeit bietet, großartigen und sicheren Code zu schreiben. Ein Zitat von Hoskinson, das ist genau der Grund, warum Plutus für Cardano geschrieben wurde. Gute Sprachen und Werkzeuge arbeiten mit den Entwicklern und Prüfern zusammen und ermöglichen es ihnen, großartigen und sicheren Code zu schreiben. Schlechte Sprachen laden und geben ihnen die Waffe in die Hand, mit der sie sich selbst erschießen. Nun, wofür ist Plutus überhaupt gut? Plutus ist eine Programmiersprache zum Schreiben von Smart Contracts auf Cardano. Der Blog der IOHK beschreibt sie als Turing kompletter Sprache, die in Haskell geschrieben ist, und Plutus Smart Contracts sind effektiv Haskell-Programme und die führende, rein funktionale Programmiersprache. Die Programmiersprache soll erhebliche Vorteile für die Sicherheit bieten, da sie einen einfachen Weg bietet, um zu zeigen, dass intelligente Verträge korrekt sind und keine Probleme auftreten werden. Dies wird dadurch erreicht, dass sowohl On-Chain als auch Off-Chain-Code in derselben Sprache geschrieben werden kann, die von der Plutus-Toolchain für die Bereitstellung automatisch getrennt wird. Es gibt auch andere Kritiker der aktuellen DeFi-Protokolle. Hoskinson ist nämlich nicht der Einzige, der den Entwickler von MonoX für die laxe Sicherheit der Plattform kritisiert. Dan Juido, CEO von Trades of Bit, einem Beratungsunternehmen für Blockchain-Sicherheit, sagte, dass Hacks bei DeFi-Projekten üblich seien, weil viele Entwickler ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht hätten. Dan Juido sagte, diese Art von Angriffen sind bei intelligenten Verträgen üblich, weil viele Entwickler sich nicht die Mühe machen, Sicherheitseigenschaften für einen Code zu definieren. Der Experte merkte auch an, dass die Entwickler oft die Sicherheitsvorkehrungen der von ihnen verwendeten Programmiersprachen übersehen haben, während sie sich beeilten, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Kommen wir nun zum letzten Thema für heute. Und zwar, wieso Altcoin-Liebhaber Ethereum nie verlassen werden. Im Jahr 2021 wechselte ein großer Teil der Entwickler von Ethereum zu konkurrierenden Blockchains. Vor allem, weil das Ethereum-Netzwerk weiterhin mit hohen Gasgebühren und Staus zu kämpfen hatte. Nun, ein Netzwerk, das von dieser Situation enorm profitierte, war Solana. Sein kometenhafter Aufstieg im Jahr 2021 positionierte es als einen der wichtigsten Ethereum-Killer. Solanas nativer Token Soul erreichte Anfang November ein neues Allzeithoch. Darüber hinaus verzeichnete der Token zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels einen ROI von 10% in der vergangenen Woche. Außerdem hatte er zum Zeitpunkt der Drucklegung ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 3,6 Milliarden Dollar. Eine interessante Frage, die sich hier stellt, ist, wie genau unterscheidet sich Solana von Ethereum, wenn es bereits eine Vielzahl ähnlicher Produkte auf dem Markt gibt? Nun, laut Solana-Mitbegründer Anatoly Jakovenko liegt das darin, dass die Entwickler beim Einsatz von DeFi-Protokollen eine minimal, extraktive und superschnelle Abwicklungsebene wünschen. In einem kürzlich erschienenen Podcast sagt der Entwickler dazu, was wir bauen ist eine wirklich sehr schnelle, hochleistungsfähige Ausführungsschicht, aber die Abrechnung ist auch eine Funktion dieser Schicht. Die Abwicklungsschicht unterstützt andere Blockchain-Ökosysteme, indem sie Sicherheit und Unveränderlichkeit für Transaktionen bietet, die auf darauf aufbauende Protokollen stattfinden. Denn sie ist unbestechlich und immer verfügbar. Ethereum fungiert derzeit als Abwicklungsschicht für viele Netzwerke, das in der Branche eine Sonderstellung einnimmt. Während des Unchained-Podcasts erklärte der Mitbegründer von Solana, Ray Gokal, dass die Überlegenheit von Ethereum einzig und allein aus seinem First-Mover-Vorteil und seiner Marktbeherrschung resultiert. Der Nachteil liege jedoch in der verzögerten Umstellung auf den Proof-of-Stake-Konsens. Er fügte weiterhin zu, solange diese beiden Designs unterschiedliche Zwecke und Funktionen haben, werden sie beide weiterhin wertvoll sein. Da Solana jedoch darauf abzielt, die Anwendungsfälle von Ethereum zu überholen, bleibt abzuwarten, wie lange diese Coexistenz zwischen den Netzwerken anhält. Zu Beginn dieses Jahres hatte Neon Labs die Bereitstellung einer Ethereum Virtual Machine EVM auf Solana angekündigt. Hauptsächlich, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, von den niedrigen Transaktionsgebühren von Solana zu profitieren. Auf die Frage, ob dies die Ethereum-Nutzer dazu bringen würde, das Schiff zu verlassen und zu ihrem Netzwerk zu wechseln, argumentierte Solanas Mitbegründer Anatoly Yakovenko, dass keine Leute Ethereum verlassen werden und fügte hinzu, die Vorteile von EVM und Solana sind, dass man neue Anwendungen auf Solidity bauen kann, jede VM laufen lassen kann, die keine Hebelwirkung hat und am breiteren Solana-Ökosystem teilnehmen kann. Außerdem meinte Yakovenko, dass Solana noch einen langen Weg vor sich hat, bevor es Ethereum übertrumpfen kann. Ihm zufolge müssen Entwickler, die bereits Debs auf Ethereum etabliert haben, diese aber auf Solana bereitstellen wollen, ihre Entwicklungsteam nicht abspalten und den Fokus auf zwei verschiedene Sprachen verteilen, um in der Lage zu sein, ihre Marke auf jede neue Chain zu übertragen, auf den Nutzer gebraucht werden. Ein Beispiel dafür ist die Brave Wallet, die kürzlich eine Partnerschaft mit Solana eingegangen ist. Sie wird das Netzwerk für Crosschain und native Debs für ihre Wallet- und Swap-Schnittstellen verwenden. Ein weiteres Beispiel ist Crowny, eine App, die Einkäufer für verschiedene Interaktionen mit Marken belohnt. Sie soll nächste Woche auf Solana bereitgestellt werden. Bevor es weitergeht, haben wir große Neuigkeiten für unsere treuen Fans. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, an der täglich Bitcoin und Krypto Community Rally teilzunehmen und uns zu unterstützen. Den Link zur Rally findet ihr unter dem Video. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, dann schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir fassen es für euch nochmal kurz zusammen, denn es waren bedeutsame News aus dem Kryptomarkt. In diesem Video haben wir euch mitgeteilt, dass das Metaversum eine große Chance für die Blockchain-Technologie darstellt und nicht unwahrscheinlich ist, dass bald Kryptowährungen als normale Währungen bei Finanztransaktionen verwendet werden. Außerdem hat das Cardano-Netzwerk eine neue Marke von über 20 Millionen verarbeiteten Transaktionen erreicht und die Adressen auf Cardano fielen kurzzeitig auf über 480.000 Stück pro Tag. Damit übertraf Cardano kurzzeitig Ethereum. Weiterhin haben wir euch gezeigt, wieso Cardano allgemein viel mehr Potenzial hat als Ethereum, da es eine viel sichere Programmiersprache hat. Dennoch ist und bleibt Ethereum stark, denn niemand verlässt Ethereum. Bis demnächst, meine lieben Kryptofreunde. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar.